Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Landesverfassung und das Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Damit sind Sie jetzt nach § 47 des Landesbeamtengesetzes vereidigt. Nun kommt die Verpflichtung als Bürgermeister. Ich gelobe Treue der Verfassung, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Ich gelobe Treue der Verfassung, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu bewahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern. Jetzt würde der Handstag fällig werden, den wir heute unter diesen Gegebenheiten nicht haben, aber ich denke, wir haben einen neuen Bürgermeister, dass es auch einen Applaus wäre. Vor knapp drei Jahren haben Sie am Mahleramt hier in der Egerwelle sind wir alle zusammengekommen. Sie haben mich mit 42,66% der Stimmen zu Ihrem neuen Bürgermeister der Gemeinde Hilsin gewählt. Ich bin immer noch überwältet von dem großen Vertrauen, das Sie mir entgegen gebrannt haben. Die vielen spannenden Begegnungen und Gespräche im Vordergrund haben mir sehr viel Freude bereitet. Hilsin entdeckt und ich habe eines gelernt, wir trinken gleich. Gerade deshalb blicke ich motiviert und voller Vorfreude in die Zukunft, die ich gemeinsam mit Ihnen gestalten möchte. Wenn ich an den Wahnabend zurückdenke, kommen wir einigen Siegungen. Die Hände waren im Abfall gefühlt, hunderte Leute hatten sich die Hände geschüttelt, der Chor und die Musikverbande haben in der Westensiegehe, die Feuerwehr hatten einen Bürgermeister vorgestellt. Bei ausgelassener Stimmung kamen wir zum Gespräch und haben zusammen mit Herrn gespät in die Nacht gelöstet. Heute, drei Monate später, sieht die Welt ganz anders aus. Das Coronavirus und die daraus folgenden Beschränkungen bestimmen seit mehreren Wochen unser Leben, auch ihren Dienstes. Viele können nicht verarbeiten. Selbstständige Unternehmen rechnen die Aufträge weg. Kitas und Schulen sind im Grunde mitgegeben. Menschen, denen wir nahe stehen, haben wir seitdem noch nicht mehr gesehen. Uns alle bilden die sozialen Kontakte und den Zusammenbruch in den Verweilern. So schnell und weiter hat schon lange keine Riese mehr in den Alltag der Menschen eingebunden. Aber, und jetzt kommt ein entschlossenes Aber, es wird auf eine Welt nach Corona gehen. Wie die Welt aussinken wird, wir wissen es nicht. Mir ist aber wichtig, dass wir den Impulsen aus dieser Krise in die Zukunft nehmen, auch in kommunalen Beschränkungen. Beispielsweise zeigen wir von Corona Tag für Tag, dass wir im Bereich der Digitalisierung oft Tempel drücken müssen, auch in kommunalen Beschränkungen, auch in artis. Wer hätte gedacht, dass eine Verweilung, auch in kommunalen Beschränkungen, auch in kommunalen Beschränkungen übertragen wird. Vielleicht gelingt es auch unserer globalisierten Gesellschaft, das Bewusstsein, wieder für lokale Struktur und regionaler Erzeugnisse zu stärken. Wenn Sie mich fragen, ist die Kartoffel die neue Avogam-Azerkommunen. Vielleicht werden wir uns wundern, wie sehr die Gesellschaft nach dieser Krise zusammenkommt. Sicherlich freuen sich auch die Gemeinderäte, wenn wir nach der Krise wieder zu einer Nase zurückkommen und somit die hiesigen Gastronomen unterstützen. Als positiver Mensch kriege ich trotz der niedrigen Umständen optimistisch in die Zukunft und ich hoffe, Sie begleiten sich diese Dinge. Vielen Dank.